Er ist auch Welk Digi, ich bin Welk-Main, lass mich den Eko Ja, Stefan ist auch Welk-Main und wir ban ihn trotzdem weg Wen bannt der weg? Stefan oder nicht? Ich bin Tetscher-Main und hab Tetscher weggebannt Stefan von der dritten Wer ist Stefan überhaupt? Stefan von der dritten Was? Stefan von der dritten Ich bin absolut verwirrt, man Warte Stefan von der dritten? Ah, das ist Stefan von der dritten Ja, das ist Stefan von der dritten Okay Stefan? Ich glaub Stefan ist grad nicht da Er ist nicht da Er ist nicht da Ja? Sollte ich mich picken? Stefan? Ja Stefan von der dritten Wir brauchen Maverick Äh, fick dich Ich wollte dich hier einfach nur reinmogen kurz Äh, trotzdem brauchen Tetscher Äh, definitiv Termite jetzt, Alter Hagen, schwimmer Termite Hab ich nicht Doch hast du Oh scheiße, hast du doch die Shotgun drauf Von gestern Ja, von gestern, Alter Wolltest du heute nicht umziehen? Äh, ne Erstmal saufen Am Wochenende Erstmal saufen Wow Ja, ich Du müsst mir da ein, ich geh nachher auch saufen Ja, ich geh irgendwie später halt saufen Ich bin schon die ganze Fahr mal durch halb Ey, fahr mal durch ganz Deutschland, Dinger Und dann kommst du zu mir saufen Nee, wenn dann Nee, nee Nee, nee Ich wollte euch nämlich fragen, Alter Matrix ist doch eigentlich voll die Kinderdisco Und das letzte Mal als ich da war, Alter Ohne Witz hätte ich da ein Vibe eingefasst, wäre das direkt Kindismusbrauch gewesen Ja, nicht nur das, hättest du da ein Vibe angefasst, würden 30 Ali's nehmen Also, ohne zu fragen, nicht mal nach Nummer oder so, du kennst dich, du fährst dich einfach an Ja, natürlich Wie denn sonst Ja, danke Ja, danke Warum schießt du denn da, es gibt kein Grund da zu schießen Natürlich gibt's den Grund diese scheiß Lautsprecher auszumachen Ja, wow Boah, ich kann das nicht mehr ab Sorry, ich mach das jeden in jede Runde Also, den Teamkill nicht, den mach ich nicht jede Runde Ja, doch, macht er Werte bereit zum Reaching Ich hab auf Phrase kassiert Einer outside CC, äh, inside CC auf Ping Der ist im Hallway, 90 Turmite, bist du bereits im Breekchen? Ja, da ist halt ein Mirror Window Ja, äh, Danny geht von unten und macht's auf Ja, da hängt auch die Welt Kann ich eben abwählen, wirst du nicht gleich raus, ne? Mach auf Spitzkopf Du nimmst mit, Spitzkopf Na ja, da ist er Wie gehts denn? Wie gehts denn, ich bin hier von unten? Hier auf Die auf Die auf Die auf Die auf Die auf Die auf Den IG überwänts der ist noch Ich hab wen onside wo HF dead HF dead Ah da ist ein Mirror in small office Da ist Mira injured Im hallway Ich hab den Quartz Nice Let's have office Let's have office Climb sie jetzt Diesmal tatsächlich Jo office Nice Die Climb würde ich mir jetzt angucken Was ist denn mit dem Dock los Bruder Eiger guck dir das an Bruder Was Was war das denn Du hast den vor allem schon getroffen vorher ne Ja Der hat sich einfach nicht umgedreht Ich glaub der hat grad ein Irgendwann hat den gedenust Ich? Nein Digga was war denn gerade das bei mir Sagst du irgendwie musste ja Irgendwie musste ja Irgendwie musste ja die Runde noch was machen Oder wie Nein ich spiel Bug Ich will das Black Ice auf dieser Waffe sehen Länger als eine Sekunde wenn ich schon wieder vom Team getötet werde Ich will doch mal die Bahner spielen Die Bahner ist aber komplett was Länger Das ist nicht so geil wie Termite Ach Dann spiel sie selber Dann spiel sie einfach selber Hallo soll ich hier zur guten Laune noch ein paar Witze vorlesen Ja bitte Ja bitte Warte Hast du äh Hast du äh Hast du äh Judenwitze Wow bitte nicht Junge Bitte lass es Keine Judenwitze Keine Judenwitze Ein paar Türken sitz im Bus Feiern das ist Das ist schon 4 Millionen Türken in Deutschland gebe Da dreht sich eine alte Frau um und sagt Es gab auch schon mal 6 Millionen 6 Millionen Juden in Deutschland Einer ist gedroppt Kavera Auf King Der ist nicht schlecht Die haben wieder nen Band Als ob du mich nicht siehst Trigger warum sind die alle so lang alter Doch 5 Sekunden Also Server Hedge ist offen Kavera ist offen Rieber die Drohnen müssen wir eher genommen Wir machen wieder den selben Scheiß von unten Ich hab's geschafft ohne dich zu erschießen Ja Schön Ich lerne dazu Dafür lass ich mich jetzt auch von Kavera interrogaten Ja Boah geil Unter DC Unter DC Unter DC Unter DC Clear Half DC Half Gold Clear Rake ist Auch Clear Kann ja schon ausmachen ne DC ist full Clear oder was Ja Vorsicht Kavera war hier unten ne Ich kann sofort aufmachen Moment ich laufe Ich kann sofort aufmachen Moment ich laufe Äh Ash Ach Ash ist schon lange nicht mehr da Okay Bandit war unten Bandit war unten Lesion und Drutort Bandit könnte über Main Stairs Aufmachen E-Stairs E-Stairs Jungs ey Also einer ist Kev ist auf East Einer könnte über Main Stairs hoch Jungs plantet B Ruhe 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 E-Stairs E-Stairs Kaff auf East Kaff auf East Als ob das kein Headshot war In Office drin In Office drin Das war kein Headshot Die beiden auf ihren Kopf War kein Headshot Ich hab's Ich hab die Kamera geschaltet Und das erste was kam Sind zwei Headshots In die Kaff rein Und Hat sie nicht interessiert Sie ist weggelaufen Ich hab' mich aber wohl Die Interrogation hat locker durchgekriegt Ich hab' die Kugel einfach gegessen Ich wollte immer die Kugel haben Der gar die Interrogation Ich hab' 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 den Erspiel kein Backpack Kann ich gerade überhaupt nicht mit Twitch Ey Max Max Guck' mal aus der Gruppe Versuch' nix grad so ein bisschen So auf allen Leitung zu machen Weil Weil keiner mehr mit ihm spielen will Ach keine Ahnung Was auf was es geht denn bei euch so ab max das hagen hast du auch dieses strgx das ist ein ding was weil der overwolf hat ich habe doch kein rober durch also kannst du auch ist der gegner okay das kann steuerung sagen da brauchst du keine 6-tracker führung ist aber nicht das hat extra installiert warum sagt man nicht blöder hast du kannst du schon vorher warum sagt man nicht blöder wessi sagt ja auch nicht schwarzer neger was ist grün und mit meinen rasen ich darf mein sklaven anmalen wie ich will können wir jetzt bitte aufhören mit den witzen ich finde die lustig habe ich genau gesehen classic breakdor ist offen by the way breakdor ist hier warte ich drüber ziehst die kurz nochmal dann sind die wieder amelie und hier DC ist auch komplett clear solange niemand in breakdorff reingelaufen ist das war das ließ wer war das puls oder und ihr müsst erst puls und raus handen das kriegst das wird so ziemlich in die hosen liegen recht wo war der und jetzt rechts ja wer hat das window gerade aufgemacht die claymore ist kassend kapiert kohls tot wollen wir dann gleich hier aufmachen ich habe ich habe ist der sieger ist der sieger jetzt bin ich gerade unter meine presse auf die stairs drauf auf die stairs drauf schießt die claimer kaputt ist hoch ist im isser drin einer nackt das war der druck ist von htp zwischen dem er geht nicht gemütet dort tot. Das war Rook übrigens. Oh mein Gott. Mute. Wo ist der letzte? Mute less than half. Nice. Ey Max. Ja. Ich hab ja gecolt, dass da einer ist. Weißt du, was er gesagt hat? Du hackst. Okay. Er hat gesagt, reported you hacking und du scheiße Idiot. Wer hackt? Ich. Max. Ambe. Weil ich ihn gecolt hab, weil ich das einer ist und er den abgeendet hat und den Jäger direkt geholt hat. Ja, man hat ja auch nicht gehört, dass der Jäger da geschossen hat. Nein, überhaupt nicht. Man hat nicht gehört, dass er die Claymore zerschossen hat. Das habe ich selbst Mendoor gehört. Ja, hat man nicht gehört, egal. Der Jäger hat halt Schalldämpfer, der ist 300 Meter lang. Da hast du gar nicht was. Hä? So. Hier sind wir. Aber ein Panzer mit Schalldämpfer, Junge. 300 Meter lang. Hat Lieschen eigentlich einen Schalldämpfer für seine? Ja, aber nicht. Ich hab so dermaßig schwach, das lohnt sich überhaupt nicht. Oh. Ja. Ich probier's jetzt mal. Ja, Digi. Hey, Jungs. Das ist die neue Mädel, Jungs. Wusstet ihr, dass Türken die nettesten Leute auf der Welt sind? Sie kommen immer mit zehn Leuten und fragen dich, hast du ein Problem? Oh, die Waffe spielt sich gut mit Schalldämpfer. Nö. Alter. Die Waffe spielt sich mega mit Schalldämpfer. Gar kein Spread mehr. Noch nicht mal mehr Rückstoß. Ja, aber dafür mehr Rückstoß. Oder hab ich einfach ne. Keine Ahnung, ich spiel's jetzt eigentlich. Hast du ne Watzmog? Hast du ne Watzmog? Hast du ne Watzmog? Mach ich ja. Mach da. Digga, du bist so'n Arschloch, ne? Ja, was denn? Da wollte ich hingehen. Ja, was denn? Da wollte ich hingehen. Du bist von Feinden entdeckt. Dein Standort ist gefehlt. Ich halt hier. Sind 200. Ruf, 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 ruf. Bei mir? Tschüss, 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 tschüss. Danke, Bennett. Hier? Wir haben unter uns nen Sledge. Ja, mein doch. Jo, Mio, mach mal bitte Teller-Hedge auf. Der hat's voll verschissen mit der Nate, find ich lustig. Nice, Digga. Felt von euch gespanded. Wo ist denn der? Unten. Ja, wo unten? Digga, in... Ja, links im Raum. Klein. Wenn die Nate schon drauf denken können. Der hat aber das Sledge, der kann auch rechts aufmachen, Workshop. Also Achtung. Und das er käme. Hinter dir das Deck wird unten. Also... Corner zu seiner Räume. Oh mein Gott. Die Waffe macht wirklich Null Damage. Wo war das? Äh... Outside. CC-Wall. Interessiert mich alle nicht! Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Die Gegner hat einen Räume. Die Gegner sind nicht. Die Gegner hat einen Räume. Die Gegner ist gut. Die Gegner ist gut. Die Gegner hat einen Räume. Als ob sie reinrennen kann, Bruder! 5 HP wieder. Twitch Inside! also das war das war auf jeden fall früh genug man sieht die doch eigentlich und dann auch noch falsch alter Prozent der Setz hat Beine auch hier nicht wollen wenn du komplett woanders bist aber du kannst ja kommen wo du gestorben bist das war es zu klein und der Blackbeard ist unten wo waren jetzt unten da gab es den rechts und die gehört hast du keine Zeit ja doch aber 3 Wating Teller 4 ich habe sie doch auch nur gehört der Gaben ich habe ihn nicht gesehen Oberhomo ich höre ich höre genau raus wo er ist ok 3 mache ich dir das nächste mal 4 Leute wir haben kein Bandit what the fuck 5 6 ich habe ja nächstes Mal du es Bandit ne 4 4 steht für Lifestyle Yo Leute was geht alle Tricks sind hier so und jetzt erst mal deinen Penis in die Hand denn dann ist alles in Ordnung warum machst du das da ab? was machst du Embe? nein du hast halt noch kein Plan was ich mache ja dann sag schnell weil ich komm jetzt rüber und mach die Wände zu ich komm jetzt rüber und mach die Wand zu wenn du in dieser Zone bleibst fangen wir mal Job hier auf bitte ich habe mein Teller gespawnt wer hat die warum hat man das zugemacht? und CC wer hat die Wand ge-reinforced? ich warum? also ich würde den Gegner nicht gerne den Eingel geben die Gegner haben eine Bombe haben beide Twitch-Storen glaube ich jetzt oder? Julian hast du eine schon? ja die sind da jetzt wurde ich ge-untimated weil ich die nicht sehen kann gute Wall gute Wall die sind schon oben ich wurde durch die Wall jetzt ge-bank weil ich sie nicht sehen konnte ja ich auch gute Wall gute Wall ja es ist eine gute Wall älter nein der hat mich gerade komplett gefickt der hat mich gerade komplett gefickt halt live Hagen du brauchst nicht picken wenn du oben den Wunden decken solltest ja der macht sich jetzt die Wand auf da ist noch jemand aus dem Termite und mag vorsicht schrubbeln du du hast 1 HP schade nächstes Mal lass die Wand bitte offen ja das bringt mir nix wenn die Wand da zu ist und ich da ne Maestros gerne mach Julien pick bitte früher vom Bandit weg alter das war jetzt ganz schön kacke nochmal da wo wir verloren haben zweimal hintereinander find ich gut ja alle guten Dinge sind 3 ne 4 die Bomben sichern die Bomben sichern fern fl press vide malります drehe noch mal ich ziehe aus die haben entschuldigt ich habe eine drohne hallo und gibt die körper von oben er macht das prinzessin männer polizist warum das ist dass du da bist indem ich mich immer noch auf und wollen ich hab das window bei dir ich hab die main doch, ich hab die main doch classic jonge, eine army door, nices auch mal, jemand aufpasst auf der call müsste früher kommen beide oben warum wirst du denn jetzt gleich so beleidigend ruhe verdammte scheiße alter jenny warum rennst du raus du bist jetzt zweimal durch den flame ausgestauben beim rausrennen also ich würde sagen wir verteidigen da oben nochmal weil das hat ja gut AWA greifen an goodbye ash also ich hab zwei möglichkeiten entweder ich mal solo queue und reg mich über die gegner auf weil die nichts sagen äh über die gegner sag ich schon über die random mates weil die nichts sagen oder ich spiel mit einem team und reg mich auf weil die zu viel sagen oh junge ha 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 bruder muss groß junge so jetzt ein bisschen focus wir kriegen die schon klein äh unten sada zwei armory einsatz in zehn sekunden fünf sekunden bis einsatz ihr müsst eine bock befinden wir können schärfen nice sticker und ja mein ein ist leer ist leer einer ist hauern so ich mach break rechts break rechts clear break links auch hier dc half roll clear sie ist sie komplett clear magazine wechsel wechsel im magazin unten hinterlässt es was in office irgendwo in vigil hinter der haar voll schätze ich oder squeaky oder so squeaky squeaky den der 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 Mute ist Half-Life, warum peekt er da? Fountain ist Clear Drucker ist auch Clear in Offices Machs Recht Half-Roll ist leer, Office Half-Roll Ich höre eine Blindgranate Du hast den Endger ausfallen geladen Max im Office Ja, der hat den Diffuser Arkes, Armory war Clear Weiß ich Drucker Nein, verbleibst du aufgeregt 1 15 Sekunden Ah, fuck mein Nacken Oh Bruder Dauer Ach man, Alter Fuck, was weg So, äh Ich würd's einfach sagen Ich spiel' jetzt einfach nötig, ich bin sie runter Und geh' nochmal Armory, weil Burnstop ist wirklich schmutziger Ach, scheiß auf Armory, Junge Wir haben das jetzt dreimal in Folge verloren Wenn du das sagst, okay Ja So, ist letzte Runde, wenn wir die jetzt verkacken, ne? Äh, das weiß ich Ja, also Armory besser nicht, weil wir da schon dreimal verloren haben Die haben sich auf den Spot eingespielt, lieber was anderes nehmen Wäre absolut null eingespielt, ja Hast du letzte Runde schon gesagt Oder? Hab ich recht? Wenn du dreimal, äh normalerweise zweimal Spot switchen, so weißt ja, aber Gerade ist mir das egal, aber trotzdem Je öfters du den Spot spielst und verlierst, desto besser spielt sich der Gegner auf den Spot ein Oder nicht? Richtig, ne? Genau Find ich auch Hab der jetzt zwölf ohne Burn near me Doc, gehst du noch mit Liga hoch? Ja Meine Maus schon wieder, Alter Ich schmeiß die gleich weg, ne? 10 Sekunden Noch 10 Sekunden Anstrengung earl, outside Armory уб pulled Was denn? Kannst du mit Dock nicht verteidigen gehen, weil alleine wird das nicht anhalten Fast-Bot einer Also Ash ist outside Army Army, Balcony E-Stairs ist noch clear Wollt ihr mal langsam unter den Spohnhilfe, weil die Mainen doch reingehen? Ohne, Arka ist Und wann schockt er auch denn mit der Schrift in den Tagen? Ich habe meine Bombe lokalisiert Ja, ich habe die Bombe auflaufen, der Arka ist Ist offen Gift in Position Es ist noch free oder? Es ist noch free oder? Warte, ich schau Ist ein Main oder noch? Ja, in einem Office, Office, Office Haben wir überhaupt noch Löcher zum Spiel? Hallo Äh, Twitch ist unten, äh, beim B-Spot Und side? Nein, draußen noch Draußen noch Wir haben hier oben gar keine Löcher zum Spiel Wir haben hier oben gar keine Löcher zum Spiel Und mir? Ey, Doc, ruht mal langsam runter Die Dropper sind offen Main Dropper Twitch ist dronstell Das war voll geil Das ist ja... Das war voll geil Das war voll geil Was mit dem Ding Warum waren da Löcher oben drin? Aber das war voll geil Das war das ja früher Das war der Plan, du Also, nach 4 Energies kannst du nicht mehr aimen Einer ist okay 4 sind scheiße, Alter Du musst, ähm, flicken Wird wahrscheinlich mit 4 Energies gehen, oder? Kriegst du den Herzkasper? Ja, weil... Nein, Herzkasper nicht So, den halt krieg ich schon beim zweiten Nee, aber Wenn ich zu viel Energy trinke Dann verkrampfe ich die ganze Zeit, Alter Und dann ist Ende im Gelände Flicken, ja Aber Ob du triffst, ist die andere Frage Du flickst einfach die ganze Zeit Du kannst einfach so mit dem Rücken, äh, in den Raum rein Und dann drehst du dich nach oben und flickst immer alles Als ich mal wirklich zwei Wochen Pause gemacht hab von Zocken Generell vom Computer, ne? Zwei Wochen straight Pause Ohne Handy, ohne Computer, ohne alles Und dann... Safe ohne Handy wahrscheinlich Ja, ohne Handy Ich hab noch nichtmals ein Handy So, ach... So, ohne Handy bin ich schon seit ca. anderthalb Jahren oder so Na gut, nicht so lange, aber ein Jahr Und dann hab ich die erste Runde Rainbow gespielt Ich weiß nicht warum Ich weiß nicht wieso das ging Aber ich war Flickmaster des Todes, Junge Ich war Boilo 2.0 Boilo? Ja... Boilo, Junge Ich sag das extra so, Boilo Boilo? Ja, Boilo Boilo Ihre Mann, Digga B-O-Y-L-O Boilo Boilo Der kennt ihn nicht, den Boilo, Junge Oh, nein, ich hab... Ja, Shroud sagt auch zu ihm, Boilo Boilo hat Shroud und Kasten mit Mies gefickt Was? Ja, Shroud ist auch nicht gut in Rainbow Es... Es geht Shroud ist gut in CS Shroud ist gut in PUBG Shroud ist gut in AIM Insgesamt aber halt nicht in... Shroud kennt halt nicht mal die Colts aus, wenn ich von den Maps sehe Ne, also ich sag... Ich sag Scream Ja, von welchen Maps? Von Rainbow oder was? Aha So, weißt du, wie oft spielt er Rainbow und wie lange? Ja, nicht oft und nicht lange Ja Brake... Ja, die ist leer Was hast du dazu gemacht, Boilo? cui Nein Ich hab mal ein Ich hab meinen E Damn Ich hab mein Ei Ja, du stehst die ganze Zeit vor mir KAS EMAN Äh, ein Arkeys Ja, GAT liquid Kram bitte irgendwie einmal an Arkes ausruhen oder so. Springgranate! Das mag ich nicht. Bereite Kontaktgranate vor! Unten E ist das nochmal clear erstmal, ja. Ich drohn mal rein. Grishy könnte wer sein. Das... Grishy ist niemand. Wechsel in Magazine. Haarfall ist auch clear. Fountain. Kann ich nicht rein drücken. Mute Jammer. Warte dann. Jo, einer ist, einer ist Fountain. Wechsel in Magazine. Vorsicht, C4 irgendwo, Danny. Und Jammer. Warte mal, mach den. Fahr jetzt rein. Small Room ist clear. Half Wall liegt der, äh, einer. Und einer ist Closed links bei der Wall. Was? Er ist ganz low. Er ist 5 AP, er ist 5 AP. Ah, links. Warum er von unten liegt? Der liegt links in der Fountain. Ist ein Dorf, der kann sich hier. Und einer ist in A. Fountain dead. Oh, ist die Tod, alter. Er pusht. Er pusht Richtung Small Room. Fahrt rechts. Fahrt rechts. Da vesplen. Entste white D pork. Keiner injured. B Clear. Anfl hashtags. Da kommtł Trenze. Schmock, probb Post. Letzter Doc, letzter Doc. Schmock,�� друз. Das ist nicht christ Doctor. Aufgabe wieder schief. Frankfurt ist nicht Liebe. Ach, das steht, SC. schön gewonnen ja ganz mäßig unverdienter sie erst mal einen liter wasser trinken damit der ganze energy scheiße aus mir raus geht so gefehlt wird das nämlich nichts mehr heute das war eine emotion und wir haben von mir und noch mehr emotionen und so ganz mäßig und ich habe es langsam vertragen was eine lobby oder muss ich groß über absolut eigentlich kacke so ich bin erst mal wieder kurz raus wassup